Servus Leute, herzlich willkommen zu Körner-Wiebens-Vergessene-Land und wir machen weiter in der Vergesswüste. Ich hab minimal, maximal Angst und wir werden wahrscheinlich, bis ich es richtig gesehen hab, Level nochmal neu spielen dürfen. Also ich, offscreen. Weil ich klapp langsam nicht mehr, wenn das reicht. Oh. Ah, warten wir erst mal ab. Äh, da ist Geld. Wir haben auch genug, um theoretisch nochmal ein Upgrade zu machen. Ich weiß aber noch nicht so ganz, warte mal ganz kurz, ob wir das auch machen sollten. Oh. Nein! Oh man, Körny! Gott! Ah! Uh! Oh Gott! Ah! 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 Okay. Vollstopf-Modus! Au! Warum war ich da jetzt zu langsam? Kann ich das mal erklären? Äh, da brauch ich den Ring führen, um das frei zu blasen. Hört Blasen gesagt. Leute. Bitte. Äh, der Ring. Der eine Ring, sie alle zu knechten. Wo könnte der sein? Wo könnte der sein? Das ist auf jeden Fall, was ich machen könnte. Ja, ich weiß, es war noch so ein Wagen, den ich nehmen könnte. Machen wir auch gleich. Bams! So. Und? Das ist jetzt nicht wirklich, weil ich brauche einen Ring. Ich muss hier... Na, ihr wisst schon. Aber wo kriege ich den hier? Ja, ich habe eine gute Frage. Meine Antwort habe. Warte. Ich will einen Tunfisch haben. Gewalt hasse ich Tunfisch. Aber... Lässt sie nicht ändern. Ich brauche immer nur die... Warte, 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 warte. Oder irre ich mich gerade? Ich kann einfach buddeln. Das wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich da einfach... Oder ich brauche die... Boah, ich brauche die Bombs? Das ist doch Quatsch. Ich brauche die Bombs. Oh. Oh Gott. Ah, Gott. Ich kriege das Vieh einfach nicht angegriffen jetzt. Oh. Oh, was? Oh? Oh, na, woher? Na, aua. Nein. Okay, die sind also nur fake, oder was? Im nächsten Sinne, ah, ich hasse es, ich fall immer nach da hinten runter, bei diesen blöden Dingern. Was soll denn das? Das wird wieder so ein Level, wo ich dran verzweifeln werde, wahrscheinlich. Ist ja noch was gewesen, ne, okay, tschau. Ich brauche wieder Heilung. Blödes Vogelfiech da. Und irgendwie hat die meine Säge auch nicht wirklich gejuckt, ne? Wollen wir festhalten. Okay, das geht nicht kaputt. Naja. Wir haben nicht alles gefunden in dem Gebiet. Wo soll denn da hinten was gewesen sein? Also manchmal kapiere ich das aber auch nicht. Ich liebe das Spiel, manchmal hasse ich es auch. Und ich weiß, ich stelle mich manchmal doof an. Braucht ihr mir recht zu sagen. Schießen ist unbremdlich. Hier, hau ab. Gut. 10, 41. Hahaha lieben Dankeschön Okay, zu dir komme ich gleich Ich brauche Wasser Ja Ah, Schalter Ach ja, richtig, so war das ja an dem Level hier Du musst ja die Plattform noch umfahren lassen, was er hier hat Könnten wir es denn bitte mal alles finden in einem Gebiet? Es ist ja angenehm Ob die Säge was taugt gegen, ihr wisst schon, unser Lieblingsfreund Gürteltor Habt da noch so meine leisen Zweifel, okay Wir werden es erleben Die sieht vielleicht schon cool aus, ne? Muss man im ganzen Jahr auch mal lassen Ich glaube, ich habe eine Menge übersehen Ich gehe nochmal zurück Irgendwas passt mir hier gerade gar nicht Ja, da ist noch eine Pflanze, die ich machen kann Denn wir müssen ja eine gewisse Anzahl erreichen An, ähm, Seelenfragmenten Ja Sonst können wir ja nicht in das letzte Level rein Das wäre doof Wir wollen ja in Leos Seele wieder herstellen Hab ich alles hier? Ja, dankeschön Das wollte ich lesen 1549 Gut Dann weiter geht's im Text Wenn ich es gebraucht hätte, dann werde ich sauer Dann ist nix, okay So geht's natürlich auch Kaputt Okay Stopf nicht mal voll Ich habe 100 Dosen Find ich sehr gut Au Mhm Sonst ist hier nix, oder was? Nur ein solcher Ding Ah Geh weg Geh weg Und rein da Ich mag die Unbewusstbarkeitsmusik Die ist cool So Immer noch unbesiegbar Was machst du jetzt, hä? Vogelfiege ich Komm her So Hier war da auch was So Hier braucht man, glaube ich, den Ring Da musste man zurückkommen Genau Ich erinnere Treffer Haha Wah Gott Erschreck mich doch nicht so Kiste Gern wieder unbesiegbar Oh, ihr Schweine Ich hätte sowas gerne beim Boss Das wäre cool Kannst den Boss reinhänden Hä Ist noch gezählt Lol Oh Gott Wo kriege ich das Ding jetzt her? Nein Meine Säge Gib meine Säge her Die Säge Love Power, brauche ich nicht, wenn hier ist was. Ah, eine weitere Serie 4 Kapsel. Und die 100% zusammen ist auch Spaß, ne? Da müsst ihr ja Level zigmal durchspielen. Jeden einzelnen oder die ganzen Automaten abfahren, wofür ihr sehr viel Geld braucht. Irgendwas stört mich hier dran, aber ich verpasst doch jetzt was, wenn ich hier reingehe, oder? Ja, nein, nur zurück. Ach, verdammt. Gut, den hätte ich jedenfalls nochmal spielen dürfen, bis sie hier jetzt schon kommen. Aber das war gerade nicht clever, was ich gemacht habe. Uns fehlt 100% ein Dreier jetzt dann. Oh, sag mal. Ja, die trifft halt auch mal was. Ich schaffe das. Wenn nicht, reicht meine Säge, die mein Schrank mir holt. Oh, was tut's davon? Gebe ich da hoch? Oh Gott. Ja, nul. Ja, nul. Das ist scheiße, ich hasse dich, du blödes Ding. So, hoch da. Jetzt mal langsam hier, ne? Hau ab. Glöbes Viech. So, ein blödes Viech. So, da kann ich auch schalten. Wo warst du gar nicht hin? Ich schaff das, ich schaff das Nein, ach doch Oh Ah Oh, Essen, danke schön, ich mag Essen Essen ist schön Oh Gott Oh Gott Na komm Aber nicht immer noch Aber nicht in dich rein, ist doch egal Ja Ah, was Ich hab ne Idee, wie ich das probiere Hehehe Tschüss Au Das hat gesessen Ich dachte, mit dem Wind wäre ich schneller Nein, da wäre doch was gewesen Ich bin beim Boss schon tot Aber da ist noch was Scheiße Ich komm nicht nachher Ach kacke Wie viel haben wir gefunden? Das ist nicht gut Das ist absolut nicht gut Das ist ein neuer Abschnitt, den kenne ich nicht Oh, was Und mein? Nein! Hier ist keine Fackel oder was? Ja, ist doch vorne wieder. Ja, was zu essen. Dankeschön. Nein! Ich find was und schmeiß es gleich wieder weg. Dann hab ich es auch nicht anders verdient. Okay. Hast du da was zu essen? Was Großes? Sehr gut. Mhm. Ich hab doch gedrückt. Warum schießt du denn nicht einfach? Manchmal stört sich auch dämlich an, Kirby. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ganz gut für meine Gefallen, die ich hier nicht bin. Aber dadurch, dass wir einen Abschnitt komplett verpasst haben, glaub ich nicht, dass wir hier allzu gut da stehen in dem Level. Mann, da sind wir viel zu früh raus Ah, ich hab's geahnt Gut, ist leider bereit zu leiden Oh, Blaster oder Feuer? Feuer ist eigentlich ganz gut, weil ich an Ort und Stelle Feuer hinterlassen kann Aber der bewegt sich so viel, ne? Das Blaster eigentlich schon ein bisschen besser Andererseits kann der Drache vielleicht auch durch seine Scheiße durchfliegen Ich bleib am Drachen, komm Ja, komm, mein Freund, zeig, was du alles nicht kannst Ein Gürteltor-Phantom Der Drache macht ganz gut Damage Oh Gott Du brennst, Kollege Du musst doch weiter brennen, wenn ich mit dir fertig bin Brenne Oh Gott Aber er brennt, das finde ich gut Ah Mist, hat mich erwischt Mist, hat mich erwischt das Ding Mist, da ist noch eins Ah Ui 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 Kein, du sollst doch brennen, du Arsch Oh, fuck it Er brennt zwar, aber noch nicht so viel, wie er sollte Scheiße! Oh Gott! Nein! Der ist... Scheiße! Lass mich raus! Oh! Er ist sehr leicht. Aber er hat mich dummerweise mit dem Käfig erwischt. Und zwischendurch ein paar Mal echt glöd. Das war unangenehm. Aber egal, wir haben es geschafft. Der nächste Level ist hinter uns. Yes! Unter Umständen nur noch einmal den Warten machen. In der fehlenden Seelenfragmente. Aber warten wir ab, bis es jetzt aussieht. Ich bin doch guter Dinge, dass es vielleicht doch reicht. Und wir haben ja insgesamt... Ganze 10 verpasst. Das ist nicht so gut. Oh! Ich merke es mir einfach nicht. Endlich gehören sie dir, die beiden Hämmer des selbsternannten Königs. Zieh die Maske auf und gib deinen Gegnern beidhändig mit den riesigen Schlagwerkzeugen Saures. Ja, der ist cool, der Maskenhammer. Jetzt bin ich gespannt auf die Gesamtanzahl. Komm, mach mir Hoffnung. Mach mir Hoffnung, dass es reicht. Auch wenn ich vor der Welt echt Angst habe vor den Vergesslanden. Komm schon, bitte, 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 bitte. So, wie immer, erstmal zurück in die Stadt und heilen. Und dann werde ich gleich weiter aufnehmen und den nächsten Land auch noch machen. Und dann... Das ist das Labor dann sein eigener Level? Das wäre cool, weil das einfach nur Bosskämpfer am Stück werden. Entschuldigung. Das war so nicht geplant. Oder wollen wir noch irgendwas upgraden? Wir können halt nicht allzu viel upgraden, wenn ich nur zwei mal drei Jahre und nur knapp 1000 Münzen habe, ne? 1500. Aber wir könnten theoretisch irgendwas auf plus eins bringen, was wir gerne verwenden. Aber das ist die Frage, was? Was können wir auf plus eins bringen, was es was bringen würde? Ach, nee, mach mir so weiter. Es läuft ja ganz gut. Es gibt ja momentan keinen Grund, sich zu beschweren. Nein, wir haben jetzt die letzten zwei Bosse im First Try. Bessie macht doch Hoffnung fürs Turnier dann. Ich rede schon vom Turnier, ich bin nicht mal da. Gut, dann fliege ich wieder rüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Part beim vermeintlich vorletzten oder sogar letzten normalen Level in diesem Spiel. Weil das andere sollte eigentlich nur noch der der super mega krasser Endbosskampf sein. Aber wir werden es erleben. In dieser Sinne, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr uns einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch und abonniere mich sehr freuen. Sonst macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.